Hi and welcome to this TETA Gameplay Video. Hören Sie? Ich habe die gesicherten Datenkanäle gehackt. Anscheinend bringen Sie Valerie zu einem Helikopter. Oh Mann! Man bringt sie bestimmt nach Bagao oder Yakutan. Um zum Landeplatz zu gelegen, müssen Sie den Bunker durchqueren. Man wird sie aber vermutlich bereits erwarten. Ich habe so schlechte Laune, dass es mir egal ist, ob die mich erwarten oder nicht. Siehst du was? Siehst du was? In diesem Video gibt es Shalva, Far Cry Playthrough Video Projekt. Dies Video ist Kommentar-free. Enjoy und in. Ist das okay? Mist! Was war das für ein Geräusch? Oh Gott, oh Gott! Ich hoffe, die brechen nicht durch! Keine Sorge, Doc. Wir haben jede Menge Wachposten. Sie sind hier absolut sicher. Wir müssen dieses Versuchsobjekt ruhig stellen. Ich brauche sieben Kubik Sintmau. Hast du das gehört? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh! Hast du was gesehen? Schnack' mich nur an! Gah! Verschwinde! Siehst du das auch? Verschwinde! 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 Benven! Erst un Shake a caring Geh es mir aus! UNTERTITELUNG 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 Hey, wer ist da? Wir haben ihn! Genau zwischen die Augen! Was ist denn hier los? Ah. Ist da drüben jemand? Bereiten Sie sich um das Eintreffen von Walsher 13 vor. Fressbleib! Mein Ortungssystem zeigt an, dass Sie in der Nähe der Trigiengehege sind. Wenn Sie den Hochschalter drücken, würden Sie damit ein verdammtes Abdeckungsmanöver starten. Hast du was gesehen? Da ist der! Willst du noch mehr? Gib auf, Alter! Ah! 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 Wo steckst du? Dich mach ich alle! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Die Söldner sind da! Los, Bewegung check! Ihnen bleibt nicht viel Zeit! Der Pilot ist tot! Raus! Die Söldner sind da! Valerie Constantine, CIA. Bin wegen einer Mission hier. Hätten Sie mir schon im Hafen sagen sollen? Was verschafft mir die Ehre? Keiner der anderen Verlierer hatte eine Spezialausbildung. Sie haben mich gecheckt? Ist bei uns üblich? Dann wissen Sie, dass ich aus der Übung bin. Das ist doch wie mit dem Radfahren. Ich höre. Die CIA hat einen verdeckten Ermittler auf dieser Insel. Vor einigen Wochen verloren wir den Kontakt. Jack, sind Sie da? Doyle? Mission erfüllt. Doyle, hier ist Val. Wo stecken Sie? Wir klären das später. Gehen Sie weiter zum Inselinneren. Dort finden Sie Käfige mit untrainierten Trigenen. Die müssen Sie befreien, um die Sicherheitskräfte eine Zeit lang zu beschäftigen. Verstanden. Untrainierte Trigene? Heißt das, manche sind trainiert? Komm sie. See you next time. Bye bye and play for fun. Bye bye and play for fun. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.